Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich habe euch gestern ja schon gezeigt, wie ihr die Disko-Elemente für eure Stuntrennen verwenden könnt im Job-Editor. Und heute habe ich noch ein kleines Gadget für euch, und zwar, ihr kennt auch die Boost-Röhren. Und da kann man ja maximal nur 15 platzieren. Und mit diesem kleinen Glitch könnt ihr einfach so viele platzieren, wie ihr möchtet, also bis maximal 150 Stück. Also ihr könnt quasi ein mega krasses Rennen erstellen, wo einfach 150 Boost-Röhren aneinander sind. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. So, und ich habe ja hier schon eine Kleinigkeit vorbereitet, also mit Start und Ziel. Und da seht ihr die Röhre mit Beschleunigung. Da könnt ihr maximal 15 Stück aneinanderketten. Und jetzt zeige ich euch ganz genau, wie das funktioniert, wo ihr wirklich bis zu 150 Röhren aneinander so machen könnt. Und ist eigentlich alles super einfach. Und zwar, als erstes platziert ihr erstmal alle 15 Stück, dass ja euer Maximal-Pensum- oder Tageslimit, sag ich mal, erreicht ist. Und da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr jetzt eure 15 Röhren mit Beschleunigung platziert habt, könnt ihr links unten die Meldung, dass ihr nur maximal 15 platzieren könnt. Dann wählt einfach ein anderes Element, also drückt einmal nach rechts zum Beispiel. Und dann seht ihr ein anderes Element. Und das heftet ihr mal so genau da hin. Und bevor ihr das mit X bestätigt, um es zu platzieren, drückt ihr ganz schnell nach links und drückt dann X. Und dann seht ihr schon, dass eine Boost-Röhre platziert wurde. Und das müsst ihr einfach die ganze Zeit halt machen. Es ist ein bisschen tricky, muss ich natürlich sagen. Es ist nicht so einfach, dass ihr das einfach so hin platzieren könnt. Aber mit diesem kleinen Glitch, sag ich mal, könnt ihr wirklich 150 Röhren aneinander bauen. Und das ist halt richtig geil. Also ich wiederhole das Ganze nochmal. Und zwar, ihr nehmt jetzt unten ein Element, also so ein Röhrenelement, wo ihr platzieren könnt, theoretisch. Dazu drückt ihr einfach nach links oder nach rechts. Das spielt gar keine Rolle. Und wenn ihr das dann habt, dann bevor ihr es platziert, also mit X, einfach ganz schnell nach links oder rechts, je nachdem, welche Richtung ihr da vorgegangen seid. Also, dass ihr zurück auf Röhre mit Beschleunigung geht. Und drückt dann ganz schnell X. Also es muss fast gleichzeitig sein. Also links X, links X, links X. Und das müsst ihr halt so lange machen, bis halt wirklich die ganzen Röhren aneinander sind. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Oder würde ich einfach mal sagen, ich bin raus an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Jungs, haut's rein. Macht's gut. Ciao, euer Zeddy.